Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wolfenstein 2 is the new comic-cost so da oben sind lustige Gesellen in der letzten Folge haben wir den Kollegen hier kaputt gemacht lol haben wir schon eingesammelt und und Okay. So, wir wollen jetzt mal gucken, wie wir da oben sind. Ja, ich seh schon. Ne, seh ich nicht. Ist das hier Jump and Run oder was? Wie kommt man da hoch? Hier geht's hoch. Hier ist also der perfekte Ort, um was zu verstecken. Hier liegt aber nichts. Hier geht's. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Warum ist hier nix versteckt? Gold oder so? Das ist jetzt so ein perfektes Ort dafür. Oh, hier wird auf Auto gesaved. Medic! Ein Bild. Krass! Oh, ich erreiche das Deck für den Deck. Da drüben. Hier gehts rüber in den anderen Gebäudekomplex. Hier liegt nochmal Rüstung. Oh, warte. Warte. Na, super. Und ausgerechnet das Codefuckman bleibt da oben liegen. Drecklich auf ihn nicht live! Oh, okay. Kirtlich! Alright, Kirt presents ch Kubrawa! Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Deine Stimme, Anja. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Ach ja, Granatenkirchen müssen wir ja auch noch machen. Oh, hier ist ein Wappen-Reparatur-Kit. Huch, das war falsch. Hier wollte ich hin. Ähm, Handgranaten. Schade, die Dinger kann man nicht, aber ich wollte bei unserer Maschinenpistole jetzt auf Nagelgewehr. Die Kugeln vor dem Abschuss erhitzen. Sie fliegen langsam mal vor sich, aber deutlich mehr schaden. Das wollte ich machen. Oh, die fliegen aber echt langsam. Hätte ich vielleicht auch nicht machen sollen. Naja. Egal. Wir machen jetzt mehr Schaden. Alter, die fliegen echt langsam. Scheißegal. So. Leute, darf ich mal was sagen, was ich überhaupt nicht verstehe? Ich verstehe nicht, warum manche Altesgleichfolgen nicht für manche Wehrbetreibenden, manche Best-of-Altesgleichfolge, gemerkt, für manche Wehrbetreibenden nicht geeignet sind. Aber einige Wolkensteinfolgen sind, wer werden für Wehrbetreibende geeignet. Das verstehe ich nicht. Oh, eine Rüstung, eine 50er Rüstung können wir nehmen. Fuck, ich hab den Timer nicht gestellt. Scheiße, ich kann nicht gucken, wie lange ich schon aufnehme. Alter, wenn es hier Zombies gibt, ich schwöre, ne, ich würde mich sowas von erschrecken. Weil ich höre hier die ganze Zeit so ein komisches Geräusch, ne. Ich höre hier. Oh Leute. Alter, hör doch mal auf, wo ist denn anders? Scheiße, das war ne hunderter Rüstung, fach! Ich hab die auf E gerückt, aber ich wollte die sowieso nicht lesen. Warum wird hier gespeichert, von hier kommen wir doch. Viel zu viel Munizierung kriegen wir hier. Ah, guck mal, hier sind wir vorhin lang gegangen unten. Oh, ich hoffe, es gibt ja keine Zombies. Komm mal, ich will meine Bogentextur. Okay, das war easy. Gut, immerhin haben wir Waffen hier oben liegen gelassen. Den Rest, Rüstung brauchen wir, die Rüstung haben wir voll. Der hat die ganze Zeit die komischen Geräusche gemacht. Ich dachte schon, es gibt Zombies hier. Und für den Spaten haben wir jetzt so viel Munition gekriegt. Ich weiß nicht warum. Oder es kommt jetzt auch ein Arena-Kauf. Sieht zumindest so aus. Oh, da geh ich aber noch nicht hin. Ah, guck mal. Krass. Die Bilder sehen immer geil aus. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Wann muss ich hier oben gucken? Wann muss ich hier oben gucken? Na und, ist mir doch egal. Warum soll ich durchrushen? Ich rushe nicht durchspiele durch. So, ich habe keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Dann kommen wir hier oben. Waren wir schon. Weil, wenn ich diese Tür gehe, möchte ich eine Aufnahme-Pause machen. Ich mache also noch eine Pause. Ich weiß egal, wie lange wir aufnehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Dabei sein. Haut rein. Tschüss. .